Die Schmerzen 10 Minuten bevor es sagt, dass ich einen Prank mache und du sagst doch immer Hi guys! Viele von euch hat mich wirklich gefragt Niszi, 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 Niszi Do you love me? Are you riding? Niszi, 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 Niszi Zurück zum Thema Viele von euch fragen mich immer Niszi, wir brauchen neue Pranks mit Simon Wir brauchen neue Pranks Bitte, bitte Prank Simon Und heute wollte ich genau das machen Heute pranken wir Simon das Juuuun Das war nicht ich, das war meine, das war June, mein Hamster Okay, wenn du guys wollten mehr Pranks sehen mit Simon, dann gebt mir einen dicken Daumen hoch Vergiss nicht, you guys have to, have to, have to abonnieren Wenn ich nicht hier bin, bin ich immer am Instagram You guys can follow me in isa.bukvich Und nicht vergessen, neue Merch ist out Link ist in der Beschreibung für das Merch für euch Das habe ich nicht in letztes Video gesehen, hier ist ein kleines Clip Genau, also wenn ihr wolltet ein bisschen Merch haben, dann einfach gehst du den Link in diese Schreibung und da kommt ihr zu der Merch Und jetzt zurück zum Thema, noch das dritte Mal Was wir machen heute ist, also wir pranken Simon Aber ihr müsst euch fragen jetzt, oh, Enisa, was für einen Prank machst du? Ja, Leute, Leute, chill, chill, chill Also das ist ein Tipp You guys have now 10 seconds to think of what I'm pranking Simon with 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1 Ich prank heute Simon mit Baby, ich denke, dass du musst trainieren Also Leute, I'm gonna do it I need you to start working out prank Mit Simon Warum? Das ist so, dass Simon geht nicht so viel zu den Fitness wie ich Und er sagt immer, oh, ich muss gehen, oh, ich muss gehen Er sagt immer, nein, nein, das ist kein Problem Du brauchst nicht mit mir gehen Aber heute sage ich Diese gemeine, gemeine Dinge Also Simon, wenn du das guckst später Du siehst, dass ich wirklich das nicht habe Diese gemeine, gemeine, weiss nicht Also ich sage diese Dinge, dass er so, er ist so dun und so Und das mag ich nicht mehr Ich finde er nicht so attraktiv Oh mein Gott He is gonna die Und das hier ist die Payback für alle Pranker, die er hat an mich gemacht Einfach so, meine Penis Simon, du prankst mich immer Jetzt ist dein Payback Okay, lass uns die Kamera Für das erste bitte mal Die Kamera gut wegstecken Wie sagt man das, also, wie sagt man das Bitte schreibt es in den Kommentaren, ich habe vergessen Ich muss die Kamera verstecken Ja, ich muss die Kamera gut verstecken Also Leute, lass einfach starten Leute, I hope that you guys can see me Okay Er ist nach Hause und er ist in dem Schlafzimmer Und ich rufe an jetzt Und dann gucken wir, was er sagt Okay Ich bin nicht einfach hier Prost an So entspannt Und so Babe 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 Ich bin nicht nur rein, oder? Hä? Kann ich mich rufen? Hi Hi Hey What took you so long? Ich muss mir noch kurz Beatbox Session belegen Come here, baby Yeah Yeah Du bist so weit weg Ich bin so weit weg Ja Sorry Wow Was machst du? Hä? Wow, warte Wow, wow Wow Das ist so awkward gerade Was hast du da erzählt? Was? Was? Das ist so ein komischer Moment gerade Du fragst mir dann sehr komische Art und Weise, was ich mache Oh, what do you mean? Keine Ahnung Can you sit down? I need to talk to you Genau das meinte ich What do you mean? You're so weird Du What is here? Why do you sit here and not there? What is... You're so weird You're so weird You're so weird Hä? Du ruft mich und ich bin komisch? Listen I need to talk to you Nein Hä? Gib mir das Are you gonna help me with that? Nein Ich muss mit dir reden Ich will nicht, dass du das hast In deiner Hand Und mich schlägst und so Was bist du da? Hä? Wo soll ich... Du hast gesagt, setz dich Ja, okay, warum Es ist wahrscheinlich so komisch Ja, okay, ich muss mit dir reden Okay, aber Nicht böse So Nimm diesen Nimm das nicht so böse an, okay? Passt Warum ruchst du mich an so? Okay Aber nimm das nicht böse Okay Ich wollte einfach... Du weißt, dass ich trainier mit Tanju jeden Tag, ja? Mhm Und du weißt, dass wir haben gesagt Komm, trainier mit uns Und du willst nicht Und du hast selbst gesagt, dass du nicht so viel magst, wie du aussiehst Sorry, Baby Und dass du hast viele Kilo aufgenommen, natürlich Und dass du ein bisschen abgemachen Was willst du mir sagen? Was willst du von mir? Aber nicht böse sein, okay? Kommt drauf an Ich denke, dass du ein bisschen zu dumm bist Und es sieht nicht mehr gut aus Und du hast mir gesagt Wenn du denkst, dass ich zu dumm bin, dann bitte sag Ja, ja Also ich finde dich nicht so viel attraktiv mehr Aber bitte, nicht böse, nicht böse, bitte So war es Spaß, oder? Nein Nein Ja, also Babe, du bist so dumm Ich schwöre... Also alle deine Bekleidung, alles hängt Hallo Was guckst du? Ich hab geguckt auf die Kamera da jetzt Weil irgendwie ist mir ein bisschen zu komisch Erstmal? Babe, warum würde ich Pick out a camera to tell you that I think that you need to lose me Nein, YouTube und all so'n Kram Ja, das ist nicht der Spaß Das ist deine Gesundheit Hä, aber das geht eigentlich oder nicht? Das geht nicht Also ich finde dich nicht attraktiv Du siehst nicht wie ein Mann aus mehr Du siehst wie ein... Hä, übertreib Ich schwöre, weißt du wie dumm du bist? Hä, übertreib, okay Erst sagst du so ein bisschen, dann sagst du so nicht mal wie immer Ja, aber ich will nicht, dass du... Also ne... Aber das ist wie ich gefühle mich Und ich will nicht, dass du das so böse... Also nicht, aber bitte... Hä, wie soll ich das denn nicht böse nehmen? Hä, du siehst nicht aus wie ein Mann Hä? Du verarschst mich doch Nein Ernsthaft? Also alle deine... Wenn wir uns getroffen haben, hast du Fitness gemacht Ich weiß Jeder Tag Du warst 10 Kilo mehr Ich weiß, aber keine Ahnung Was soll ich denn essen? Dann mach, keine Ahnung Dann mach mir Essen Ich mach Essen Dann wo denn? Ich kenn... Wenn du willst, dass ich zu mir dann gib mir Essen Ich sauber machen, jeder Tag Alles Okay, warte, Spaß beiseite Du willst mir sagen, echt, ich bin zu dünn und so dünn, dass ich dich nicht ausfühlen Mann, oder was? Also ich bin nicht attraktiv Also ich finde dich nicht zu attraktiv Mann Ja gut, dann wenn wir schon mal ein Thema sind Dann auch vielleicht selber ein bisschen weiter trainieren Du? Öfter, wenn es geht? Was? Ja, was soll ich sagen? Was? Du sagst ich, dann sag ich du auch Eigentlich ist es nicht so viel, wo ich etwas aussetzen hab, aber... Aber was meinst du? Kann schon ein bisschen hier einfach mal ein bisschen trainieren Was? Dass ich dick oder dünn bin? Je nachdem, was du weniger feierst Einmal das, was dich verletzt Punkt Hä? Einmal ein bisschen trainieren, damit diese Scheiße weggeht Guck mal hier Das ist fett für dich? Eigentlich nicht, aber wenn du sagst, ich... Ein bisschen attraktiv, dann sag ich irgendwie keine Ahnung Ich hab nichts... Okay, was mehr magst du nicht mit mehr? Alles Was? Alles Guck mal hier, Haare, Make-up, guck mal hier Was ist das hier? Guck mal Hier, guck mal Beine, uff, uff, guck mal hier Are you serious? Mann What else? Wie, what else? Alles, guck dich an So, it's wrong every... Then why are you even with me? Warum bist du... hä? 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 Warte, du fängst an! Du sagst, ey, du siehst nicht wie ein Mann aus! Nicht attraktiv, all so'n Scheiß! Dann sag ich gleich Scheiß zu dir und jetzt verpiss dich, Alter, bring gar nichts mehr mit dir Are you for real? Hä? Was soll ich denn sagen? Ich geh jetzt trainieren! Das soll sie machen! Was soll ich sonst machen? Was soll ich machen? Du diss mich hart, was soll ich machen? Ich diss sie einfach zurück, Punkt aus dem... Are you joking? Hä? Ich hoffe, dass du stolz machst. Ich hab einfach rausgehauen, Alter Was ist rausgehauen? Rausgehauen einfach... Du hast was gesagt, Alter, leg mir den Arsch an Yo, come here! Wo soll ich... Was soll... Yo, come back! Wofür? Are you joking? Please come back, let me talk to you real quick Let me tell you something Look at the camera Look at the camera They're behind the handtuch Oh! Oh! Utsala! Ne, was soll ich sagen? Du siehst scheiße aus Punkt Jetzt für die Kamera, wo sie so läuft Are you for real? Are you for real? Yeah Sieht komplett kacke aus I was breaking you Ich weiß Why are you laughing? Hä? Guck mal, du rufst mich? Kommst... Ich komm hier hin? You still... Literally, you think... I thought you were just saying that Because you were mad at me I was just telling you I didn't mean it I was pranking you Yeah? Ja, also ich meinte Ich habe jetzt gesagt Ich habe dich einfach gebracht Ich meine nicht, dass du bist du und ich... Nisa, warte Nisa, um das mal ganz kurz zu klären Bevor wir jetzt hier noch sagen Äh, Simon sagt dann voll und hässlich Ich wusste, dass du mich geprimpt hast Okay Und bevor jetzt hier irgendwie heißt Ähm, bevor du jetzt irgendwie traurig bist Ich finde manchmal echt, du siehst scheiße aus Spaß Okay, ich mach dir die... Ich mach jetzt selber ein bisschen zu lange Es war ein Spaß, Nisa Du bist immer wunderschön Ja, 10 Minuten Aber wenn du sowas... Aber ich habe... Ich habe 10 Minuten bevor du sagst Ich mache einen Prank Ja und? Und du sagst so immer Ja und? Das tut mir weh! Du hast mich verletzt! Wenn ich nicht wüsste, dass es ein Prank wäre, was wäre dann? Hättest du mich hart verletzt Das war ha 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 Ja und? Ich habe dich dann zurückgeprankt Easy ist das? Ja, aber dein war... Dein war schlimmer als meine Hä? Dein war schlimmer als meine Nee, Nisa, du bist immer wunderschön Immer Ja Und am schönsten finde ich an dir echt diese Hand hier Guck mal, wie schön diese Hand ist Das ist dein! Oh, ach so, sorry Findest du mich nicht schön? Doch, eigentlich schon Ich weiß, dass ich süß für dich Denn das war alles für heute Tschüss Wenn ihr dachten Dass Simon ein kleines Arschloch war Schreibt das in die Kommentare Hashtag Simon Arschloch I can't believe you're Tobi, that was hässlich Tschüss Musik Bis zum nächsten Mal.